Norddeutscher Rundfunk 2021 Heute ist Montag, der 28. November, unser erster Skitag hier in den Skitestwochen. Es begann schon mal mit einem Schreck, weil meine Bindungen falsch eingestellt waren. Aber dank der Skilehreriege sind wir jetzt doch das erste Mal hier am Lift und werden jetzt gleich die breiten, schönen Pisten hinunterredeln. So, wir sind jetzt zweimal gefahren, haben uns warm aufgefahren und jetzt werden wir zusehen, dass wir irgendeinen Ski cool fahren. Hast du nur leicht reinkommen? Ja, eine Wunder, was gemacht, das ist schön. Bist du herzlichen Händler, wie dein Auto vorbeikommen? Ja, ja, ich muss noch einmal zurückfahren. Ja, hallo, ich bin Karl Frisch, ich komme hier immer auf die Schichtpasswoche her. Wir sind aus dem Pustertal vom Speichboden. Und ich genieße es hier jedes Jahr, diese späten Skiespasswoche mitzumachen. Ja, hallo, der Oli wartet heute auf. Hallo, ich bin Kurt aus Österreich. Hallo, ich bin Günther aus St. Paulentum. Ich bin aus Marke. Ich bin aus St. Paulentum. Ich bin in Niederösterreich. Und ich bin durch Zufall. Ich bin durch die Bekannte der Zeugnummer, die Brigitte. Und ich bin sehr froh, dass sie kommen. Meine Ski am ersten Tag. Ich bin in Niederösterreich. Hallo, ich bin der Beitrag. Ich komme aus Hildesheim. Und ich bin ziemlich gut raus. Hallo, ich bin die Waltraud. Ich denke, dass es interessant durch herkommt. Nämlich aus Klein-Bübertal. Und ich bin bestimmt schon zurückreißen, dass ich die Waltraud. Ich heiße Christian, komme aus Oldenburg. Ja, ich bin froh, hier zu sein. Mit der Früchte dort. Ja, das ist halt so einfach. Ja, das war schön. Sehr schön. Ja, das ist schön. Ja, das war schon sehr schön. Chesene. So sweet, so sweet, so sweet.